Sorry, Raikön, aber ich... Ja, okay, nehm ich an. Ich weiß, du warst nicht für was, nur weil ich ihn ganz kurz hinten berührt hab. Ja, ich weiß. Ich hab ihn nur ganz leicht berührt, das hat schon gereicht. Okay. So, das... Aber das ist jetzt hart gewesen, da eine Schrafe zu geben. Ich hätte jetzt zum Beispiel verschwenden, gibt die Position zurück. Aber nee, das Spiel sagt gleich Schrafe. Knallhart, Schrafe. Eure Meinung nach so gerne in die Kommentare. Ich sag's so, man kann's vertreten. Die ich auffohlen muss mit Durchfahrtsstrafe. Werde hier in den Poller mitgenommen. Jetzt hab ich, glaub ich, das Teil auch noch bei mir dran vorne, oder? Oder ist das schon weg? So, das war jetzt nämlich schon Sebastian Vettel. Ja, das war ja mehr ausbeschleunigen. Das nervt mittlerweile, echt Übertragung dort. Man sieht ja, dass ich zocke. Muss ich ihm da nochmal ein bisschen klar machen, dass ich sowas absolut... sowas hab ich absolut nicht gerne. Alter, man hört wirklich diesen... ...Mähdrescher, ja, diesen Staubsauger, halt mal wirklich von dem Ferrari. Das ist echt ein Sound, der geht gar nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch bei den Hintermann, das interessiert mich herzlich wenig. Mich interessiert das eigentlich jetzt auch von Alonso. Das ist wahrscheinlich wieder sowas Schönes, wenn man wieder sieht, wie ich da aufhole. Von vielen hab ich leider gehört, dass das immer nicht so sehr möglich ist, aufzuholen, wenn die KI ein Vorhemden ist. Wahrscheinlich rede ich jetzt weniger über Themen, weil ich jetzt natürlich auch das Auto am Limit fahren muss. Was halt am Anfang des Rennens einfach nicht der Fall war. Warten jetzt erst über Scud and C. und Hamilton noch... Och Gott, ich bin auch nochmal weit weg. Über Hamilton brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr machen, warum schalte ich in den ersten Gang runter. Malonado. Also jetzt schreiben wir aber ganz viele ein hier, auch kurz vor sieben. Der Nächste hat ein Problem, dann wird der noch was von mir. Und morgen wird bestimmt noch noch der Oster, also was von mir. Ich will, ich hab jetzt DS bekommen. Achso, von der Überruhnung hab ich DS bekommen, ja logisch. Ah, ich dachte jetzt von Alonso hab ich DS bekommen. Ja, aber Alonso hat auch DS bekommen. Rosberg mittlerweile mit 10 Sekunden Rückschland. Mit Blieferstrafe, wohlgemerkt. Und vorbei. Auf dieser schönen Geraden. Vorbeigezogen. An Fernando Alonso. Schon 1,6 Sekunden. Also das ist auch etwas, was ich mir wünsche für 2015, dass das verbessert wird. Also ich denke mal, dass ich dir unseren Teamkollegen auch nochmal überrunden werde während des Rennens hier. Auf einmal ist es auch bewölkt da, aber es soll ja nicht regnen. Während des gesamten Rennens. Und ich brauch echt mal was für meine Lippen gleich. Und auch für meinen Hals. Warum denn die Grippewelle? Unterwegs. Mich hat sie schon erwischt. Mich wird sie da hoffentlich nicht nochmal erwischen. Du hast nämlich... Nasse Finger. Und Nasse ist Lenkrad. Oh! Das ist das Schlimmste eigentlich. Wenn du merkst, hier ist es ganz kurz nass. Dann passieren nämlich genau solche Fehler. Och, Kobayashi! Das hätte man besser lösen können. Ich gebe doch schon Gas. Sieht man das nicht? Es gibt schon während des gesamten Rennens hier nur noch Vollgas. Und das nächste Kindergartenüberholmanöver mit zu später Bremse. Ja, aber Rosberg, der kommt deshalb Kilometer weit weg. Okay. Das ist schon wieder freigegeben. Kein Safety Car. Das würde mich hier ein bisschen wundern, hier ein Safety Car. Habe ich da gerade einen Regentropfen gesehen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Der Himmel ist blau. Ja. Gut, jetzt sind ein paar Wolken, ein paar Schleierwolken dort. Das war es aber auch Rosberg an der Box. Wer ist denn das da vorne? Jetzt bin ich wieder ein bisschen ruhiger gewesen. Ich muss mich echt konzentrieren. Ich merke gerade, dass meine Konzentration komplett in den Bach geht. Das ist ja mein Teamkollege, genau. Meine Konzentration geht komplett in den Bach runter. Mir fallen auch gleich schon wieder die Augen zu. Das ist schon wieder ein ganz schlechtes Zeichen. Na gut, ich habe heute nicht nur Formel 1 gezockt, sondern ich habe noch einen anderen Rennsport gezockt. Und ich glaube, das merke ich dann irgendwann. Also, zu viel Rennsport darf ich dann auch nicht zocken. Dann merke ich es nämlich mittlerweile. Mit dem Alter, dann nehme ich mich auch. Nee, 24, nee. Wenn ich mir das mit dem Sprit hier angucke. Also hier erscheinen zum Beispiel vier Fahrzeuge aus. Das ist auch so ein Kritikpunkt. Hier scheiden vier Fahrzeuge aus. Während, äh, zum Beispiel in Singapur bei Schranden oder bei Singflutartigen Verhältnissen keiner ausscheidet. Ja, aber hier erscheinen vier aus. Normalerweise wollte ich euch ja mal was erzählen über die aktuelle Formel 1-Saison. So ein paar Themen reinzubringen. Momentan gibt es bei der Formel 1 leider nichts. Das ist halt das Traurige. Sollte ich das doch irgendwo schaffen? Hier merkt man meistens, dass ich die linke Hand vom Denkrad wahrscheinlich runternehme. Mich juckt es überall. Keine Ahnung warum. Also, Respekt, der kommt nochmal. Fünf Runden gleich noch. Wollen wir mal gleich schauen, was der noch hat. Dann muss ich aber auch echt mal hier sagen, was Alonso dann vielleicht noch ein bisschen aufgehalten hat. Dann war es aber auch extrem wichtig, dass wir ihn überholt haben bei der einen Stelle. Wir haben jetzt noch fünf Runden. Und ich habe gerade 8,9 gesehen. Der hat halt eine Sekunde nur in dem letzten Abschnitt aufgeholt. Also der gibt nochmal ordentlich Stoff der Knabe. Wieder mal extrem skill. Jetzt nochmal Konzentration hier normal ist. Aus der Karre rausholen. Was möglich ist. Habe ich in der Mücke gestochen im Winter oder was? Das ist echt nicht gerade schön. Schnupfen habe ich nicht. Husten habe ich auch nicht. Gar nichts mehr. Trotzdem, das ist so extrem gerade. Mal schauen. 6,8 zu 6,1. Zwei Runden sind es aber gleich nur noch. Und nach dem Rennen muss ich erstmal nur unter mich kratzen. Warum auch immer. Das habe ich noch nie so extrem gehabt. Das ist einmal und das ist mein Teamkollege. Wieso ist mein Teamkollege jetzt wieder umüberrunden? Wieso darf ich den da gleich nochmal überrunden? Hat er irgendein Problem? Ein Defekt? Ja, ein Bremsdefekt. Position 15. Okay, dann bin ich der Einzige, der mal der punktet. Wir sind Weltmeister. Ausgeschieden sind Kobayashi, Guterres, Exxon und Adrian Sothiel. Weil wieder der Anfang. Und danach ist es kommt ja in der Regel nichts mehr. Da sieht man sogar, als ob alle vorbeifahren. Interessant. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich glaube, in Position 3 geht es zum Beispiel spannend. Zwischen Rostberg und Vettel. Es soll stark bewölkt an einem Training. Stark herringen im Qualifern und stark bewölkt im Rennen. Ja, ich soll vors Inder gehen. Also kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen, weil ich zufälligerweise fertig bin. Die besten Bedingungen. Wir haben stark bewölkt am Training. Stark herringen. In Qualifern. Das könnte unterhaltsam werden. Auch dann fürs Rennen mit stark bewölkt. Also es könnte hier durchaus regnen. Okay, 0%. Okay und 0%. Ich bin froh, dass es so hier bleibt. Jetzt erstmal das Ziel. Forschung und Entwicklung. Fahre drei aufeinander folgenden Runden mit abgenutzten Reifen. Du musst unter der vorgegebenen Zeit bleiben und diesen Test erfolgreich zu absolvieren. Zielzeitgesamt. 1,20, 1,4,6. Verbessert das Einsprechverhalten der Bremse und 5%. Heute also kein Problem. Wir werden das kurz und knackig wieder machen, dass wir ins Kis fahren. Okay. Das Problem hat mir schon mal, oder diesen Bug hat mir schon mal, dass er überhaupt nicht meint zu lenken. Ich verstehe nicht, warum wir hier auf Fett fahren sollen. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Wenn ich mir das mal so nachdenke. Ich weiß auch nicht, dass ich hier gerade so ein bisschen nicht schön sitze oder so ein bisschen ungewohnt sitze. Zwei Rennen erwarten uns noch. Ich habe ja noch ein bisschen gesagt im letzten Rennen, dass ich nur so ein paar Falle reingehen möchte. Das hat sich natürlich jetzt komplett über den Raufen geworfen, weil ich neun Fragen mir wieder geschickt bekommen habe. Momentan ist auch so eine schleppende Woche bei mir. Wenig Lust zum Aufnehmen. Das gibt es auch. Ja. Bei mir. Gut, die neue Boxkasse gibt es hier noch nicht. Und den Bug kennen wir schon. Das ist weltbewegend. Ich finde das echt immer faszinierend. Wie sowas funktioniert, Codemasters. Den Bug hatten wir schon in Spielberg. Mein Auto ist weg. Also, äh. Ja, beste Voraussetzung wieder in Österreich. Das passiert immer ruhig, ja? Äh. Ja. Da bin ich, ich bin, bei sowas, bei sowas bin ich einfach nur sprachlos, ja? Wir fallen in die Box mit dem Warten, Gang rein und Batsch. Ja? 95% ist jetzt so scheiße gerade aus. Okay, 5% sogar nur, okay. Nee, Inters, okay. Und ich habe mein Auto wieder. Da bin ich schon mal froh drum. Ja, mein Auto ist wieder da. Juhu. Und mich nervt das mittlerweile. Das muss ich auch sagen, wenn man mich anschreibt. Während eines Spiels. Vor allem, wenn ich das demjenigen schon mal gesagt habe. Das ist dann echt nervig. Diesmal kommt nicht der Bug zum Tragen, also der kommt ganz selten vor. Als wenn das Auto nicht mehr geladen wird. Ich denke mal, wir werden in 20er Zeiten fahren. Oder auch nicht. Also, so wie sich das momentan hier anfühlt, eher nicht. Also, es ist sehr, sehr rutschig. Ich nehme sogar noch die Reifen. Können es kurz gehen. Auto, Auto. Das läuft auf Mager, geht besser hinaus als auf Skandard. Boah, das ist echt, echt sehr, sehr rutschig. Da habe ich ganz kurz die Konzentration verloren. Hat auch mal einer geschrieben. Er ist auch mal in 100% reingefahren. Und Konzentration, das ist wirklich das Oberste. Was als erstes weggeht. 16,6. Äh, 19,6. 6. Meine Fresse nochmal. Ich will keinen Sex mit dieser Alonso, ey. Ja. 42. 42,0. Da verliere ich die Zeit. Und im letzten Sektor auch nochmal gravierend. Okay. Okay, Button fährt momentan 14. Schneller. Soll er ruhig. Warum ich jetzt so viel Zeit verloren habe, ist ja wohl klar. Oder wenn man da natürlich Abstand, äh, generieren möchte. So ist die zurückgefallen auf der 13, auf die 13. Auf der 13, das heißt, auf die 13. Warum ich würde jetzt sagen, es wird die Datei wenigstens kleiner. Ja, ist schon so. Wenn, wenn es wirklich dunkler ist, wird die Datei echt kleiner. Die man dann hochladen muss. Dann sind wir schon mal neunter. Sektor 2, das ist mein, mein Sektor, wo ich eigentlich im Liga-Rennen so viel Zeit herausgefahren habe. Der wird mir hier zum Verhältnis. Ja, die Runde können wir abhaken. Ja, die Runde können wir abhaken. Der Schöne war aber auch richtig alle noch schön im Weg. Also, neunter Platz. Versucht, das abzuscannen. Ja, die Runde können wir ja auch schon wieder vergessen. Aus dem ganz einfachen Grund, der erste Sektor wird zu schwach sein. Da waren wir ein bisschen zu spät schon auf der Bremse. Was laberst du für einen Scheiß? Ganz ehrlich, das ist auch so ein kleiner Bug, den man hier ein bisschen mitgeschliffen hat. Wo er ihn neu entwickelt hat. Besser gesagt, den gab es nämlich in 2013 noch nicht. Also, es geht noch eine Runde. Und er warnt mich jetzt schon mit dem Benzin, obwohl das Auto immer noch perfekt reagiert. Auf der Pole Position vor Nico Rostberg. Sebastian Vettel auf der 3, Fernando Alonso auf der 4. Ich überlabere die Knalltüte mal einfach. Jetzt knüpfe ich mir Vettel vor. Und Hamilton, der fährt eben sowas von weit innen. Und jetzt noch weiter innen. Ja, ich weiß. Aber warum fährt der nicht einfach weiter nach links und lenkt noch schärfer ein, als der hin, der er schon gemacht hat? Hat sogar noch die Position gegen Sebastian Vettel verloren. Oh. Schweres Auto, würde ich mal sagen. Sollte man nicht so viel auf dem Gas sein. Alter Vettel, 5,5. Der hält den ganzen Trupp da echt auf. Während Hamill und ich hier unsere Ehrenrunden drehen. Oder beziehungsweise ich fange jetzt schon an, meine Ehrenrunden zu drehen. Hat sich jetzt ein bisschen komisch an. Ist aber leider so. Nicht, dass ich dann hier ein Auto-Safe-Bug oder das Gleiche irgendwie bekomme. Da habe ich mich keinen Bock drauf. Ja, also ich traue diesen Spielen immer noch nicht sehr, sehr weit. Heißt ja immer noch Codemasters. Ich will immer DS aktivieren, obwohl ich keins habe. Wie unlogisch. Freuen in dem Sinne irgendwo, ja. Aber dann denke ich, wenn ich jetzt mal früh aufgehen bei Australien. Die Winterpause fand ich jetzt auch für meine Verhältnisse nicht sehr lange. Die ging bei mir relativ schnell vorbei. Gerade jetzt mit 2015. Es wird ein Highlight oder es wird ein Flop. Das ist halt so. Bei den meisten, die sich jetzt 2014 gehölt haben. Die auch den Vorgänger schon gespielt haben. Die meisten sind enttäuscht. Und deswegen, ich auch. Muss auch fairerweise sagen. Das ist schön. Wenn wir den überrunden, wir denn hier schon. Den Eriksson. Die Schrecke ist sehr, sehr cool. Deswegen war mir jetzt schon in Runde 14 zu überrunden. Das ist auch sehr, sehr interessant. Nach hinten fand ich, um neue Bugs zu fixen. Das war auch noch gut. Bugs, das ist ja eh so ein Thema. Ja, bei Codemasters. Da kam ja wieder mal, eigentlich, da kam ja wieder welche hinzu. Ja, wenn man ehrlich ist, also mich haben, bis jetzt habe ich 2014, da habe ich so empfunden, da habe ich die meisten Bugs erwischt. Ja, gut, der ganz große blieb noch raus, Autosave Bug. Also, ich begrüße diese Entscheidung eigentlich. Ich habe das immer gehasst bei Sebastian. Er fährt immer einen neuen Helm. Man hat ihn gar nicht mehr... Oder wenn man das nicht wusste, dass er einen neuen Helm hatte, hätte man ihn nicht erkannt. Oder stellt euch mal vor, Ricciardo hat auch den Helm immer gewechselt. Also, das wäre irgendwann richtig verwirrend geworden. Warum soll ich auf den Motor achten? Wir haben eh nur noch ein Rennen danach. Das werden wir auch wahrscheinlich auch nochmal mit dem Motor hier beschreiten. In Abu Dhabi. Und dann ist die Saison eh vorbei. Warum, ich sehe das ja genauso mit Facecam. Wofür? Wofür? Schau, ich schaue mir... Ich muss ehrlich... Ich bin da ehrlich. Ich schaue mir kein Let's Player an. Deswegen kommen wir nochmal auf diese schöne Frage zurück. Ich schaue mir kein Let's Player an, der sich in den Vordergrund stellt. Muss ich fairerweise sagen, anstatt ein Spiel. Mainstream à la Minecraft oder GTA schaue ich mir auch persönlich nicht mal an. Ja, was denn für ein Verkehr? Oh Gott, schweres Auto und ich komme nicht mehr um die Kurven. Ne, wir behalten die Führung. Damit hätte ich eigentlich die Fragen schon abgearbeitet. Aber ich habe ja noch gesagt, ich möchte nochmal auf ein paar Fahrer eingehen. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche das war. Und das habe ich mir echt vergessen aufzuschreiben. Kann ich leider nicht beantworten. Die Sonne kommt so langsam ein bisschen raus. Spricht wirklich dafür, dass es hier nicht regnen soll. Und die Speed 4 spricht auch nicht für die KI. 19,18 Sekunden. Das sind 36 auf Fett. Wenn wir das jetzt mal auf die Rundenzeiten betrachten, dann ist das enorm. Dann ist das mehr als eine Sekunde, die ich schneller fahre. Oh, das war jetzt nicht so gut. Das hat Zeit gekostet, hat es gerade gewonnen. Alter Perez, warum mitten auf der Ideallinie? Und warum auf der 15 Uhr? Das ist meine nächste Frage. Also Brasilien ist auch nicht gerade eines der langsamsten Rennen. 1,14,9. Jetzt habe ich mal die 15 Uhr Zeit geknackt. Okay. Und dann habe ich schon insgesamt, ich glaube, 13 komplette Saisons durchgezockt auf 100%. In drei Jahren. Das ist krass. Ja, also ich finde es zumindest krass. Also Videomaterial, das ist ja unvorstellbar. Und der ganz große Erfolg ist ein bisschen natürlich auch ausgeblieben. Ja, Button. Wo soll ich hier auch überrunden? Also du bist ein Honk. Also ein richtiger Honk. Ja. Da werden sich die Teamkollegen nicht einig. Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Ich bin gespannt, wenn ich hier noch alles überrunde. Ja. Also ich habe eigentlich noch was, eine offene Rechnung mit dem Hamilton in Ungarn. Falls ihr euch daran erinnern könnt. Ungarn ist die KI wirklich top. Also Ungarn ist wirklich top. Es ist ja, würde ich sagen, auch in China als top bezeichnen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei mir nur so ein bisschen der global Effekt irgendwo innen drin wohnt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es leider echt nicht. Ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl. Wuhu. Wer? Wer noch der 22? Was ist denn ein Bremsproblem? Boah, der lässt aber ganz beschissen vorbei. Ja, um das mal ganz kurz zu betonen. Der Button hat ja richtig verloren. Oh, Bottas. Nur weil du vorhin wie auch blau Flaggen bekommen. Das heißt, dass du lange nicht, dass du auf den Eriksson jetzt so lange warten musst. Oder dass ihr euch beide gleichzeitig in der gleichen Kurve überholen soll. Das darf man halt auch nicht vergessen. Jetzt suche ich mir gleich irgendeine schnelle Flasche hier, trinket irgendwas, damit ich weitererzählen kann. Ja, 50 Sekunden auf Alonso, denn 6% haben wir schon überrundet. Das ist ja Hülkenberg gewesen und das sehe ich den nächsten Red Bull. Das ist echt schon ein starkes Stück, was ich hier glaube ich abliefer. So, das war der letzte Boxenstopp. Der hat natürlich jetzt nichts, was zu trinken gehört. So, sparen wir jetzt das Benzin oder sparen wir das zum Schluss? So, das war der letzte Boxenstopp. So, das war der letzte Boxenstopp.